Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. In diesem Video zeige ich euch von diesem Fahrzeug, dem Toyota Aygo X von 2022, die 5 besten Features. Fangen wir gleich an, weil es zu Arsch kalt ist. Bei der Auswahl der 5 Features werde ich von außen nach innen beginnen und bei der Reihenfolge ebenso mich vom schlechtesten Feature zum allerbesten Feature vorarbeiten. So, und bevor ich es noch vergesse, falls euch das Video gefällt, lasst doch gerne mal ein Like da und ein Abo, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann fangen wir an mit den standardmäßigen Rückleuchten in dieser schönen Form. Als erstes Highlight in diesem Fahrzeug möchte ich euch hier mit der Reihenfolge das 4,2 Multi-Info Farbdisplay vorstellen. Mit Integration für Apple CarPlay sowohl als auch für Android. Als nächstes Feature möchte ich euch dieses schöne 3-Speichen-Lenkrad vorstellen, was auch viele Multi-Funktions-Tasten hat. Funktionen, die man ansteuern kann, ist unter anderem der Spurhalteassistent, die PDC, als auch in dem Fall die Warnfunktion, falls man auf ein Hindernis zufährt zu schnell. Das Ganze wird unterstützt hier von der Sprachsteuerung. Des Weiteren gibt es hier ein besonders schönes Tacho, in dem Fall einmal analog als auch digital. Man kann sich dann hier einmal die Geschwindigkeit so anzeigen lassen, man kann aber auch rüberspringen und den durchschnittlichen Verbrauch des Fahrzeugs anzeigen lassen. In dem Fall hier sieht man, ist der Durchschnittsverbrauch aktuell bei 5,9 Liter. Von der Innenausstattung her ist das Fahrzeug mit einer standardmäßigen Stoffausstattung ausgestattet. In dem Fall, wie man hier sieht, sind auch die Stoffsitze sportlich angehaucht. So, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Falls ihr noch mehr Videos schauen wollt, schaut gerne in meiner Playlist.